Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trouble in Terrace Town. Mit dabei heute eine große Truppe, unter anderem mein Liebling der Sascha. Na Band. Der Mathis. Was ist mit mir? Kommt gleich noch. Der Mathis. Ja moin. Dann der Schichti. Moin. Der Slowmo. Hallo. Klein Evo. Hi. Der Heiler. Kuckuck. Der Bevo. Hey. Der Stevie. Hi. Das nächste kommt zum Schluss. Ja, ich hab meinen Namen auch noch nicht gesagt, ich weiß, aber jetzt kommt Xanto. Dankeschön. Hi. Und meinen Namen sag ich jetzt mal nicht. Wir wissen ja auch, glaube ich, alle, wer du bist. Ja, eben. Wir wissen du. Dann wird das angemacht. Ja, der bist du, genau. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht. Das ist dunkel hier. Ich habe einen Fehler gemacht. Hat Sonic, hast du schon die Runde freigegeben? Ja, habe ich. Ja, da. Okay, habe ich nicht gehört. Ha, Feuer, Fass. Feier, Feier. Ich habe mich erschrocken. Okay, ich bin schön. Mach, du guckst mir jetzt schon direkt wieder hinterher, Junge. Ich beschütze dich, keine Sorge. Außer du machst scheiße, ne? Jetzt haben wir den Heiler. Ich habe schon eine gute Sniper. Ach, verdammt. Ich will keine Rife haben. Als Spektator kannst du dir die mehr besser angucken. Also ich bin Inno. Ja, das ist alles schon, das ist was she said, ne? Ich bin Inno. Hör auf, auf mich zu zielen. Geh weiter. Das ist auch Sonic. Ey, komm, ey. Ich hätte jetzt den Link überpustet. Ich muss nicht nur anhusten. Ey, Alter, nicht so laut. Geh weiter. Thorsten, hast du gerade Stevie getötet. Nein, hier sieht es voll aus wie Portal 1. Was kann das zum Teil? Wir sind auf Portal 1, Alter. Wir sind auf Portal 1, Alter. Barschlau. Alter. Ey, ey. Könnt sie mal wieder... Könnt sie mir jetzt nicht weiter? Losher, bitte. Ja, dann geh wieder nach oben. Wir sind gerade zu für die Idee, bitte. Hinter dir ist was nicht für den Link. Ja, hier. Ich hab nur zugemacht, damit dir keiner durchkommen. Bin ich denn hier? Was hast du zugemacht? Du hast überhaupt nichts zugemacht. Dieses Chaos. Ich hab mir hier gelegt. Jetzt mach doch. Los, geh hoch. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Geh hoch. Nein. So, Stevie lebt wieder. Er ist safe innocent. Ist er? Er ist safe innocent? Stevie. In die Map nicht. Wird Stevie eigentlich angezeigt, dass ich Inno bin, oder nicht? Bist du groß. Nein, das Tool haben wir nicht, was... Stimmt, ja. Er ist auch böse, aber er müsste wissen, dass ich Inno bin. Sonst hätte ich ihn nämlich früher gekillt. Ich verstehe nicht ganz so alle rum. Wo seid ihr? Oh, wie schön. Ich weiß auch nicht, wie du bist. Warte, ich mache jetzt, ich segle jetzt die Weltmeister. Pass auf. Nein, nicht umfallen. Sascha, kannst du mir ganz gut helfen, das Ding wieder aufzustellen? Oder ist da noch irgendwo eins? Oh, mein Gott, was ist denn hier los? Was macht ihr da? Hält mir mal kurz, hilf mir mal kurz. Ach so, ne. Hesse, Tageslicht. Props segeln. Nein, 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 warte. Geh nicht ins Licht. Oh, komm, ich stehe hoch. Das will ich nicht abschließen jetzt. Ich möchte wirklich... Slow, ey. Rob Day. Oh, oh. Oh, ich bin die Heilung-Santo hier draußen. Ja, das ist safe. Ach, geh doch mal weg jetzt. Komm, Tony, jetzt. Ach, Leute, komm. Ah, jemand hat ne Melancholkau. Oder dann töte mich bitte nicht. Alter, was ist das? Wie leid, bin ich so fair und killt mich nicht, wenn ich hier rumfiebe. Läuft denn bei euch verkehrt? Was ist denn los, Alter? Ich bin nur live. Du bist ja Melancholkau. Verkehrt wahrscheinlich. Warum ist bei mir ne Lupe neben Stevies Namen? Weil seine... Identifiziert hast. Nee, schieße. Wenn du dann ganz oben bist, lass los. Das überlebst du. Emo ist tot. Warum fliegt ihr da mit nem Wagen? Ich fliege nicht. Ich segel. Wollte ich's können. Okay. Segel bitte auch richtig aufs Meer. Nein. LOLL! Er ist tot. Propkill. Nice. Wow, Tony. Wow. Sonic, du tust mir wirklich leid. Nein, dass du siege nicht mitgenommen hast, Alter. Ja, schön. Das nützt uns jetzt ein bisschen viel. Wow, Alter. Okay, okay. Ich seh einfach bloß, wie Stevie da mit dem Durchschlafen, weil Tony einfach runterfällt. Eigentlich hatt ich gedacht, Sonic hat Stevie nochmal ganz gebraucht. Das ist von mir, dass Stevie auf den Kopf gefallen ist. Loll. Loll, was denn jetzt passiert? Xanto und noch wer? Ja, hä, warum ich? Ja, weil du direkt neben dem Traitor stehst. Ja. Ja, schließlich auf den. Auf den. So, Schichti ist tot. Das ist scheiße. Okay, Metal Launch. Oh, oh, da stand gerade jemand. Ah, okay. Das ist ein Traitor-Tester. What the fuck? Xanto kann auch getötet. Oh, nein. Hallo, Sascha. Oh, nein. Ich habe keine Punkte. Komm, Sascha, lass mal spielen. Dann töte ich ihn auch. Ja, warte, mach ich. Oh, nein. Sonic, dieser Defibrillator war es nicht wert. So, halt, du mal. Als Oppen. What? Warum kommt denn da jetzt noch einer? Tieselastus. Er ist tot, 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 tot. So, gegen wen darf ich jetzt? Wen darf ich noch ein paar Kugeln reindrücken? Tieselastus. Tanto lebt schon wieder. Im Ernst. Die Wirra sind voll aus. Please take a while and listen. Ach, fick dich doch, komm. Ich hatte keine Chance mit einer Sniper auf die Distanz. Tommy, du warst so geil, euer Scheiß. Matthias, was ist das? Was? Ja, was? Ja, Matthias. Das muss der Matthias wieder mitgenommen. Ich hatte es auch versucht. Ich bin rumgepackt. Mach was, Vertrauen. Vertrauen ist... Sonic, du... Vertrauen will dich geschenkt. Sack, du. Ach, du weißt, was ich in den Bergschrank. Den Tüten auch. Ich bin Sonic, ich bin wirklich scheiße. Die Fresse, Sascha. Das ist die erste Runde, wo du besser bist. Ach, so. Die Runde ist eh vorbei. Jetzt wirst du eh leiden. Jetzt. So. Slow-mo Missing in Action. Bin tot. Ich weiß gar nicht, Sascha, aber warum hast du mich gekillt? Hä? Ich hab dich mit dieser SHG-Schrotze oder wie sie heißt. SGH oder whatever. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Auf die entfernen? Was denn jetzt? Verdammt. Ja, die ist verdammt genau. Ich hasse dieses... Okay, nice. Wer ist das? Au. Scheißspiel. Hier ist der Leiche bei mir. Sonic. Slow-mo. Ist das von dir gerade auf K.A. gegangen? Nein, ja, weil er gestorben ist durch diesen hessischen... Nein, bin ich nicht. ...durch diese Sprungplatte. Die ist Assi. Versuchst du da? Die ist Assi. Ich hab mir versucht, die Muni da zu holen. Klappt's denn? Irgendwie? Nein. Ist hier nur so... Ich dachte, ich leide jetzt nur noch, aber... Fresse. Heiler, fast tot. Ja, da war so ein doofes Fass. Und ich war zu ner dran. Fass. 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 fasses. Was? Die Senap ist mir zu gross. Oh! Alles klar, Sascha! Jo! Sascha ist Traitor? Hab ich gehört? Los! Schichty hat hier den Sprung nicht geschafft. Scheiße. Ja den Sprung mach ich ihm halt übernicht nach. Kein gut auch noch zu fangen. Hi. Hi. Ne da will ich nicht lang ich weiß nicht wie es ist. Ah! Hi Stevie. Vorsicht da vorne ist die Schichty eben grad schon an den Sprung gestorben Bevo. Ach hier hoch? Ja ja ja. Hier von links nach rechts rüber. Ich glaube gar nicht dass du den schaffst. Weiß ich nicht. Gehen wir es mal raus. Wer lebt denn jetzt alles? Aua! Wow. Ich. Mathis lebt noch. Warum Mathis? Warum bist du hurt? Achso du bist vorne abgestürzt ne? Ja. Ahja. Von. Warte. Ich sehe ihn vielleicht vielleicht noch. Nein ich sehe niemanden. Hä? Wieso sehe ich niemanden? Mach die Augen auf dann gehts. Bist du blind? Ja scheinbar. Ja. Da bliebts. Hier ist schon wieder Slows Leiche. Wie man hier geht. Warum gibt es eigentlich überall bloß noch diese abgesegte. Wie ich mich einfach überhaupt nicht auf der Welt rauskenne. Ja ich bin auch gefühlt die ganze Zeit nur in der selben Ecke. Ich weiß auch. Ich bin schon wieder draußen. Hier ist eine Leiche. Auch schön draußen hier ne. Warum gibt es eigentlich überall bloß diese hässliche. Oh mein Gott. Was ist Angst? Du hast Angst. Du bist denn jetzt eher? Ich bin die ganze Zeit hinterher gelatscht. Alter ich. Das Klo ist mega versifft ey. Ernsthaft. Welches Klo? Was ist das Klo? Was? Mathis, du hast vor einen Schaden gehabt, warum bist du jetzt wieder voll? Mathis? Oh, da ist jemand gestorben. Mathis, okay, wenn ich ihn finde, kille ich ihn. Jo, mach du mal. Wobei, warte mal, komm doch mal raus. Versuch's mal. Evo, wo bist du eigentlich? Ich bin Dete. Ich weiß. Ja, darum, du bist safe, zu dir wollen wir hin. Ja, 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 ja. Hier ist schon wieder ne Leiche. Was ist denn los, hier diese Runde? Warte, ich komme da aber nicht hoch. Doch, komm ich doch. Mach du's doch. Ah, schon wieder's TV. Alter. Lass mich noch mal da durchstuhlen. Ich hab' ich noch mal da durchstuhlen. Mongos, ey. Was ist los? Ja, du sagst so, oh Xanto ist tot. Tja, Alter, hab' ich ja gerade gekillt. Ja, dann können wir ja Mathis tricken. Ja, ach nee. Hat ja auch gerade gesagt. Den hab' ich gerade gecalled, Alter. Alter. Captain Opius ist wieder am Start, ey. Geh weg, Sascha. Ja, warte, warte. Darf ich da bei dir durch? Nein, darfst du nicht. Aber, aber. Darfst du nicht, Stevie ist hinter dir. Was? Alter, der Typ. Warum sind wir jetzt alle so still? Weiß ich nicht. Das gefällt mir auch nicht. Hast du sie alle gekillt? Nein. Ach, Klein Evo. Ich bin zwar Traitor, aber ich bin ein Honest Traitor. Also ich sag, ich hab' nur Xanto gekillt. Bis jetzt. Ach, mein Gott. Wieso dauert das, bis wir, äh, Klein Evo sehen? Dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zur Not. Wenn man mal überlegt. Er ist 3 gegen 1. Also, ich weiß nicht. Nee. Ich bin Jano. Naja, als ob. Ist der denn da jetzt hingekommen? Keine Ahnung. Tja, Surprise. Oh, ich hätte die scheiß Graflet direkt werfen sollen, ey. Okay. Ja, gut. Ich hab' keinen Schimmer, wie ich da hinkomme. Ja, das fragen wir uns, glaub' ich, gerade alle an. Da geht's nicht lang. Nein. Da auch nicht. Nein, nein, nein. Du hängst jetzt aber nicht mit dem Grapple-Hook irgendwo, wo man normal nicht hinkommt, oder? Also, das wär' gemein. Ganz ehrlich, das wär' gemein. Ja, so'n Shit wollen wir hier nicht. Aber ich würde... Nee, ich mach' nach. Ich arbeite. Du arbeitest, dann ist es ja okay, wenn du arbeitest. Ach Gott, damit. Ach Gott, damit. Ach Gott, damit. Oh, 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 oh. Was war das denn? Oh, war die Grafnade. Hat nur die Schmerzen. Ach Gott. Der hat's gar nichts mit mir. Weil er ist, wer weiß, wo schon wieder. Ja, ach, nee. Nur da ich tot bin, hab' ich natürlich jetzt kein Radar mehr, ne? Neu, ey. Also tot war, sagen wir's mal so. Ich wollt grad sagen, wenn du tot bist, dann... Oh, 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 oh. Jetzt kommt's schon! Oh! Ach, er hat eine... Ach, er hat ne... Wow, jetzt... Okay. Den da will ich aber nicht Kann man den nicht? Okay, ich habe irgendwas anderes auf dem Slot Ist in Ordnung So Das finde ich nicht nett, wenn du den jetzt wieder belebst Äh, kann ich nicht Das ist gut Ich habe die Punkte dafür nicht Ich konnte deine Punkte ja nicht so schnell einsammeln Weil du warst ja direkt wieder gespawnt Yo Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Wir sind zu dritt und keiner kriegt den tot Ja, ganz ehrlich Ich komme zur anderen Seite Er kommt an wie so ein Bersäcker Und ich drehe mich um Schieße ihn einfach weg Wer lebt denn jetzt noch? Sti, bist du jetzt der Letzte? Das lasse ich mal unkommentiert Das Letzte Ja, das stimmt Oh Das haben die Bilder, habt ihr, habt keiner gesehen Oh, au Wow Wo warst du? Nee, ich muss kurz Sascha killen Danach können wir das gerne machen Okay, ich kriege mal ein Ah Das ist denn jetzt so salzig, Junge Ich bin ja nicht salzig Ich will doch einfach noch dich töten Das gehört doch zu meiner Lebensmogabe Achso Jeder mitteleine Bestimmung Meine ist Ich bin doch dieser Ich bin doch dieser I am Inu Nein, hier weiter Ah, auch hier Sack killen meint ich nicht, aber random killen ist das Nein, nein, nein Dann gehe ich dir auf den Sack ohne dich zu random killen Dann kille ich dich nur fast Aber auch nur fast Ja, die hast du fast Hi Wow Das hat fast geklappt Das hat fast geklappt Das hat fast geklappt Oh Oh Was ist hier los? Und? Keine Ahnung, Stevie Ich glaube, warum? Was ist das denn? Was ist das hier, also? Ich kann mich noch mit Sonic am Mit Sonic am Strand Boom Oh Oh Gott, nein Oh Fuck Oh Da ist das Das Licht Nein, Diego, bitte Geh ins Licht vault Geh ins Licht Geh mit Gott, aber geh Aber flott Danke Aber flott Aber flott Flotte aber flott Hallo Was ist denn hier oben? Wir sind hier jetzt schon wieder hin Achso, hier Hi Schichty Ja, okay, ja, lass mich vorbei. Martin ist fast tot. Da ist Stevie. Sonic, bist du denn so weit? Kommst du? Ich schwimme Leiche, ich schwimme. Fast Leiche. Sonic? Sonic ist tot. Was? Sonic ist tot. Leute, bitte. Wie unnötig ist das hier oben? Man kommt hier hin, aber nicht weiter. Nate? Vielleicht chillt da oben oder sowas? Vermutlich, aber... Da ist nirgends gestorben. Oder irgendjemand. Ich glaube, es ist... Mattes chillt am Stamm. Der hat mich, glaube ich, versucht zu beschießen. Es ist, glaube ich, ein Schuss neben mir eingeschlagen. Der oben heißt nicht wissen. Okay. Mattes ist gerade gestorben. Hier ist er. Xanto ist er. Wie ist Xanto denn zu dir gekommen? Ich bin zu ihm geworden. Ich gehe im Land vorbei. Er ist ertrunken. Wtf. Er ist wirklich ertrunken. Ja, man kann zu lange unterbrechen. Wenn man zu lange unterbrechen, aber wer macht sowas? Ja, sorry. Ich springe mal an Land. Warte kurz. Okay. Wiederbelebungsmaßnahmen. Hast du Sonic wiederbelebt? Nein. Wiederbelebungsmaßnahmen. Kommt wieder Xanto. War aber ich nicht gemacht. Wiederbelebungsmaßnahmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. TSSSS. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Wtf. Ach du Kacke. Irgendwie sind viele Leute gestorben. Ja, hinter dir ist eine Leiche. Also es sind bloß noch... Ich sag mal... Drei Trailer. Ne, zwei Trailer. Junge bist du blöd. Achso, da im Wasser. Okay. Und links von dir ist noch eine. Warte. Kann man nicht... Hab ich den jetzt identifiziert? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Was ist jetzt passiert? Aua! 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 Ich hatte die Punkte nicht dafür. Ich konnte mir das nicht kaufen. Wo hattest du den normalen Dings her? Aua! Tony! Den konnte ich mir kaufen, komisch. Tony, bist du wiederbelebt? Ja als Inno von einem Traitor. Ich war bei Inno. Ach lohl! Wenn ich nicht rede, ich würde als Traitor immer reden, dann müsste der eigentlich wissen, dass ich einen auf den Sack gehen würde. Ey, diese Runde war übelst brainfuck für mich. Die Runde war genau so scheiße wie die Hetzten. Ja, Puh war geil! Ich wollte eigentlich nur noch einen töten, damit ich äh, wiederbelebt werde. So, scheiße. Wer los ist denn? Du warst nicht da! Auf einmal war ich einfach mal so zu ruzen. Ich war 1, ich war einsam. Ich wurde getötet, ich kann nicht gerne einsam. Wow! Hallo, ich hab keine Waffe. Mein Gott, ich hasse diese Sprungpads. Sascha, kriegst du irgendeine Waffe, schaffst du das? Ich hab noch mal eine Waffe zu finden, bevor ich ihn spiele. Ja, Sascha. Hi. Hi, Willkommen davon. Hi, Sonic. Sonic schießt auf uns. Sonic schießt auf mich, nicht auf euch. Ich würd niemals auf euch einfach random schießen. Ah, ich geh mal zu Sonic. Gott, hier ist ein Labyrinth. Ich glaub ich, dass Sonic Tretter ist. Stevie, das ist kein Labyrinth. Ich hab's von als Spectator gesehen. Ich hab gar nichts mit Labyrinth gesagt. Ähm. Hast du nicht? Wenn ich kein Traitor wäre. Oh Gott. Wenn du kein Traitor bist, versuchst du mich wirklich nicht zu treffen. Weil du mir dann wirklich nur auf den Sack gehen willst. Wenn ich Traitor bin. Ne, wenn du kein Traitor bist. Ja, aber dann bin ich ja Inno jetzt auf einmal. Ne, jetzt schießt du ja an. Das ist, ne, ne, ne. Dann muss ich dich töten. Das machst du ja. Lass das Schatz in Ruhe. Okay, ich hab's geschafft. Sonic ist verwirrt. So, lass das Schatz in Ruhe. Bin ich jetzt Inno? Da ist einer tot. Ja, Sascha, bin ich jetzt Inno? Ich musste, pass auf. Ich will mich rechtfertigen. Ja, bevor er mich töte. Ich nehm Sascha auch mit. Ne, 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 ne. Moment, erstmal. Ne, pass auf. Pass auf. Ich muss nochmal wiederholen, was er gesagt hat. Ich hab auf ihn geschossen. Ich hab ihn nicht getroffen. Hat er gesagt, ich müsste Traitor sein. Weil wenn ich Traitor bin, äh... Slowbon hat auf Tony geschossen. So. Ich habe auf die Leiche geschossen. Ja, deshalb rennst du jetzt weg. Ah, der hat gesagt, ich bin Traitor. Ja. Der hat gesagt, ja, wenn ich treffe, bin ich, äh, kein Traitor. Halt, der Heiler is it. Der Heiler is it. Der Heiler is it. Weil ich muss ja treffen. Ja. Heiler schießt auf mich. Oder nicht. Böse, böse Heiler. Also ich glaub Sonic irgendwie nicht. Was, wo? Ist aber so. Lass doch Sonic einfach in Ruhe. Nein. Töte mich einfach. Ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Mein Leben macht kein... Ich hab alles getan, was ich in meinem Leben tun muss. Danke. Ah, du leid weiter. Okay, dann geh ich weg und vergammel in der Ecke. Okay, warte, ich will Sascha nichts mit mir vergammeln lassen. Warte, ich komm mit, ich komm mit dir her. Sascha, du warst aber auch dämlich mit deiner Aussage. Sowas kannst du doch nicht sagen. Jaaa, ich hab, ich hab's nicht so eins zu eins zu sagen. Er hat kommuniziert, dass ich ihn ersterne ist. Und da hab ich gesagt... Warte, ich weiß nicht. Irgendwie versuchst du jetzt gar nicht so ein Redditch. Warte, man taucht so aus dem Unsichtbar, aus dem Dunkeln, ein Date auf. Nein, nicht töten. Ich mach doch nichts. Irgendwer hat einen Melon Launcher gekauft. Ich glaube, ja. Ihr werdet mich nie finden. Hä? Okay. Was ist hier grad passiert? Verdammt. Ob wir das jemals herausfinden? Weil ich weiß es nämlich selber nicht. Ob wir das herausfinden wollen? Das ist noch ne andere Frage. Das weiß ich nicht. Aber uah! Das herausfinden voll. Es sollen noch so viele leben. Oh! Voll geil! Ihr voll lässig, ey. Wer zipselt denn da so laut? Lobo! Deine Mutter. Wir haben gesoffen. Guck mal hier! Was? Der ist voll... Der ist voll krass am... ...am schweben hier im Wasser. Ja, schön. Lass mich gerade. Ich bin letzter. Was? Der ist voll krass am... Mann! Jetzt auch. Wer lebt denn eigentlich alles noch? Ich lebe noch. Na dann ist ja schon mal gut. In der Welt abgebrochen. Ich lebe auch noch. Boah, das ist auch gut. Red Traders sind tot. Wo wäre es dann der letzte? Einer lebt er. Wer ist das? Ich bin es nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kämp' hier allein in meiner Ecke. Okay. Ich hab Angst. Du Camper. Lebt Zeit noch? Ich bin mein Zelt. Sorry. Bin Penner. Wurde in der Kanalisation. Unter einem Rohr. Wie ist es denn hier so am Strand? Ja, ganz sonnig. Aber bitte... Ganz sonnig? Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Weil wir müssen schwimmen. Was meinste? Ja, kannst ja gerne schwimmen gehen. Aber ohne mich. Aber warum willst du denn nicht? Weil ich sehen will, ob du den da hinten wiederbelebst, den guten Heiler. Ich glaube Slow-Mo ist es, weil er so ruhig ist. Ich hab grad jemanden sterben hören. Er ist grad an mir vorbeigelaufen und hat Fallschaden gekriegt. Ich hab grad jemanden sterben hören und ich war das nicht, weil ich hab so eine andere... Oh Gott! Die wie? Gesundheit! Dankeschön! Da frisst jemand. Wer ist das? Weiß ich nicht. Ah ja. Die wie ist es? Wie kommst du darauf, dass ich es... Was ich übrigens... Was ich übrigens... Was du im Hintergrund hörst, ist mein Rechner. Was ich übrigens interessant fand, ich hab mit Mathis die ganze Zeit geredet und auf einmal hat Mathis nichts mehr gesagt. Dass das keinem aufgefallen ist, war ich... So, Sascha mach mal ums... ums festzulegen. Ne Mathis? Wenn ich Trader bin, treff ich, oder was meinst du? Bitte hört einfach auf damit. Wenn du Trader bist, schießt er nicht so random auf mich, sondern ziehst deinen Plan halt durch. Ja okay, dann umgehe ich dir jetzt Bescheid, dann in Zukunft... Okay. By the way Sonic Letzte Runde. Ich hab noch keine Waffe, weil ich... Da haben wir jetzt ne Waffe. Mann. Das funktioniert, das ist gar nicht mehr. Ich hab die meisten Kill gemacht vorhin als Trader, kann das sein? Hör doch ich jemanden Storben. Das ist gar nicht meine Liege machen. Das ist egal, ob da jemand gestorben ist. Ich brauch erstmal ne Waffe. Wie cool. Ich hätt's immer vergessen, mehr Muni für diese Waffe. Sascha mach mal schon wieder, was irgendwas aus dem Regal zu nehmen. Ja, meine Güte... Oh lol, wer hat hier das fast geplatziert? Ich nicht. Die Map. Ich versuch den Storben zu finden. BOOM! 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 In den großen Brüder und dann in immer... Mein Auge juckt schon wieder! Mann! Oh nein, Mathis, geh weg, Mathis! Hau ab, Mathis! Geh weg, Mathis! Nein! Ich glaub, Mathis muss abhauen, ich bin mir nicht sicher. Wo ist Stevie hin? Äh... Ja komm raus! WTF! Wo bist du? WTF! Wo ist er gar nicht hier oben? Sonny, ich versuch's in meinem Leben, hier sind noch zwei weitere. Guter Mark. Gutes töte Maxanto bitte nicht. So, Punkt. Warte, da drüben ist Sascha. Ne, ne, ich bin weg. Ne, ich komm jetzt zu dir. Morg dich. Ne, ne. Sonny, setz dich zu mir. Findest du mich gar nicht? Wir gucken zusammen aufs Meer. Das ist Evo, sorry. Evo, wo ist Sascha? Schichty, 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 schichty. Ja, ist doch Sascha! Warum suchst du mich? Hi Sascha. Hallo. Warum hast du mich so schlecht gefunden für die Freche? Das ist nicht schön. Wie lange will ich gar nicht? Das ist langer Weg. Da gibt es zwei Möglichkeiten, etwa oben und unten. Nein, nein, das war nicht nett. Es stört uns. Das war nicht. Nicht Xanto töten. 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 Ich hab ihn uns sauber gemacht. Schau, 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 Schau. Schau, Schau, Schau. Ich bin hier. Da ist er. Da kann ich mal Sascha's Namen raus. Nicht Xanto töten. Geh weg. Was ist mit meinem Namen? Keine Ahnung, das sagt sich mit der ganze Zeit so. Sascha, Sascha, Sascha. Was willst du Schichty? Was willst du Schichty? Was willst du Schichty, hä? 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 Ich hab ne Sword Off. Also, was willst du? Was? Ne Sword Off macht aber auch viel Schaden. Das weißt du, oder? Alter, nicht Mathis, Mathis. Was? 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 Was macht ihr denn da jetzt wieder? Musst du Mathis töten. Okay. Weil? Weil er jemanden getötet hat, wo ich die ganzen Kamanen in der Runde sage, er soll ihn nicht töten. Wow. Nein, 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 nein. Aber er ist gespawnd. Aber er ist gespawnd. Das fand ich nicht nett. Das war jetzt gemein. Hä? Hä? Schaffst du das? Was zum Wiedersehen? Genau. Dann hier lang und dann auf. Sascha? Ja. Ach du. Ach man. Wollt die Runde doch nett sein. Warum Sonic schießt auf mich? Alter bist du taub? Ich sag die ganze Zeit schon. Warte mal. Warte mal kurz. Hä? 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 Finde ich jetzt nicht nett. Einfach von hinten abschießen. Was soll der Scheiß? Von der Seite bitte. Von hinten würde ich nie machen. Sonic. Alter. Alter. Im Übrigen ist er wieder bei mir. Wann wolltest du ja wenn er nicht gecheckt hat. Leute ihr seid doch alle behindert. Ich will doch einfach nur eine nächste Runde. Und dann fängt einfach Mattis mein Traitor-Kollege an jemand zu killen. Wo ich die ganze Runde sage töte ihn nicht. Dann muss ich ihn töten. Du hast nicht ernsthaft deinen Traitor-Kollegen? Ich hab Mattis erschossen. Weil ich permanent gesagt habe töte ihn nicht. Du hast doch nicht ernsthaft deinen Traitor-Kollegen gekillt oder? Doch aber er ist wissbar. Das ist cool. Dein Ernst? Trotzdem hast du mich gekillt. Du kriegst Karma-Arzt. Wow. Ich weiß. Das fand ich echt blöd. Nein, im Ernst jetzt. Das ist korrekt. Ernsthaft, ey. Ja, hab ich. Im Ernst? Satz. Alter, wieso sagst du das? Nein, im Ernst. Nein, im Ernst. Nein, im Ernst. Nein, im Ernst. Was hab ich jetzt verpasst, Schönes? Ich weiß es auch nicht. Hä? Hä? Was macht ihr denn? Nee ohne. Nichts mitgekriegt. WTF, ich will mit Disco machen. Warte mal, wie kommt man da hoch? Was macht ihr hier? Hä? Wo ist Disco? Wie habt ihr Disco gemacht, Heider? Du hast nicht Lichter gemacht. Was? Nicht weglaufen. Nein. Doch. Alter, was geht mit euch ab, ey? Alter. 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 What the fuck, ey? Wie geht los, ey? Komm mal mit, Mathis. Wir haben Spaß. Das war's. Oh, credit. Was ist ein Xanto? Hallo, Mathis. Hey Xanto. Du darfst wieder reden. Xanto. Xanto, wir sind wieder hier. Oh, Sonic. Okay. Ich hab ihn, ich hab Drachen genommen für dich. Schön. Extra für dich. Alter. You're dead, oder? Ja, ich hab grad Tränen in die Augen, aber nicht. Was hab ich verpasst, Cooles? G'scheit. Einen Totenjet. Ist grad voll die Party abgegangen. Und sonst so? Nichts. Fuck. Lol. Alles klar. Ja, es war klar, dass wir... Wir haben nichts gemacht. Das geile ist Xanto. 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 Du musst es nur. Mach den, der fängt wieder an. Du musst es nur. Alter, das ist jetzt einfach nur Sonic. So, jetzt mal feiern. Aber das Wort nur ist schon sehr schwer. So, feiern. So, jetzt siehst du, wie alt ist besser. Und wie kommt man denn drauf, nur? Statt nur Nutze zu schreien. Danke, alle Ruhe jetzt. Auf die Abodie. Danke, wir allen. Vielmals beim Zuschauen von dieser kleinen Chaos-Truppe. Ist ja fast wie im Tierheim hier. Nur lauter. Das ist schlimm. Von daher alles an. Bis zur nächsten Folge von Trial and Trial of the Storm mit allen verrückten Boys. Links und anderen wie immer in der Beschreibung. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Boo! 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 Woo! Yay! Boo! Vielen Dank.